Hallo zusammen, mich ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in The Warwolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement aus der Kategorie Tiefen und hier sind wir dann unter Warwolf Inn drin und dort wollen wir uns jetzt das Achievement Entdeckung im Terrorschacht anschauen. Dafür müssen wir folgendes machen, findet und öffnet alle robusten Truhen, die im Terrorschacht verborgen sind. Und dort befinde ich mich einmal und zwar ist der Terrorschacht in den schalenden Tiefen, hier auf den Koordinaten 74, 37. Und ja, wir wollen uns jetzt die ganzen Kisten anschauen. Manchmal ist bei dem Terrorschacht, dass man quasi so rum muss und manchmal wird man hier rüber gekickt und geht quasi genau den anderen Weg. Bleibt sich aber für die Kisten relativ egal und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt gleich mal die erste an. Also wir sind jetzt hier vom Eingang, haben wir hier die erste Kiste direkt hinter diesen Steinchen. Also die ist relativ easy zu sehen. Dann laufen wir jetzt mal weiter in die Höhle rein. Bei mir war es so, ich habe quasi die Variante erwischt, wo ich einmal hier über die Plattform gekickt werde, komplett nach hinten und quasi das Ding von hinten aufrolle. Aber die Kisten, wie gesagt, die bleiben sich gleich. Wer sich fragt, was das für ein Addon ist, was ich drauf habe, ich habe Handynotes drauf, beziehungsweise Handynotes.warwolf Inn. Und das zeigt uns quasi die Kisten auch auf dem Map an. Kann vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sein. Jut, die nächste Kiste, die haben wir jetzt hier unten. Seht ihr da? Da hinten sehen wir sie schon. Die ist quasi da ganz am Rand. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht in die Tiefe stürzt. Die habe ich aber ebenfalls schon aufgemacht. Einfach über die Steinchen rüber und dann kann man sie von hier oben einmal öffnen. Also das ist jetzt hier. Dann haben wir die nächste Truhe einmal hier in diesem kleinen Seitengang. Und zwar ist die irgendwo da hinten drin. Ah, okay, hinter diesem kleinen Speller knieten. Es gibt jetzt auch tatsächlich mehr als die Tiefe und das ist die letzte, die mir noch gefehlt hat. Ich zeige euch aber jetzt auch noch die letzte und zwar ist die ganz oben, wo ihr dann quasi, ja, wenn ihr andersrum, oder wenn ihr jetzt so lauft, wie ich laufe, ne, den Endboss habt. So, das Ding nehmen wir auch noch mit für ein bisschen Brand-XP. Und das Teil haben wir jetzt da hinten. Und zwar, das ist hier ein bisschen versteckter. Auch wieder hinter den Stalag-Nieten so rum. Da. Ist es einmal. Also hier ganz oben. Und ja, das waren alle vier Kisten, die wir uns hier holen können. Damit sind wir tatsächlich auch durch mit dem kleinen Video. Hat mich vor, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila. Und bis dahin. Ciao.